Und erneut am Wort ist Christoph Lengle von den Freiheitlichen aus Vorarlberg. Ja, zurück zur Sache. Um was geht es hier in diesem Gesetz? Um eine schlichte Gesetzesänderung. Und zwar um die Umsetzung eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes, eben im Bereich des Punktesystems der Rot-Weiß-Rot-Karte. Insbesondere beim Alter, weil da herrscht eine Diskriminierung und das kann es natürlich nicht sein. Wir alle werden auch älter und daher wird das jetzt eben abgestellt. Wie wird das abgestellt? Es gibt hier eine Veränderung im Punktesystem, in der sogenannten Anlage C. Dort wird eben Sprachkompetenz und Berufserfahrung mittels Punkten höher bewertet und eben das Alter wird deutlich weniger gewichtet. Somit wird diese Ungerechtigkeit hingestellt und um das geht es hier in dieser Gesetzesänderung. Und um nicht mehr, um was hier alles hineininterpretiert wurde, hat nichts mit dieser Gesetzesänderung. Und eigentlich auch nichts mit diesem Tagesordnungspunkt zu tun. Dann möchte ich noch kurz ansprechen, dass es auch, wenn man in den Nationalrat schaut, dort eine sehr große Zustimmung auch von der Opposition gegeben hat. Dort haben nämlich auch die NEOS und auch die Jetzt-Partei dieser Gesetzesänderung zugestimmt. Die Einzigen, die da dagegen waren, waren die Kollegen der Sozialdemokratie. Aber man kann jetzt hier eben auch das so interpretieren, dass hier eben auch die Opposition, mit Ausnahme von euch hier, eine große Zustimmung erteilt hat. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass neben den Regierungsparteien, das offensichtlich auch von vielen anderen Parteien hier eben gut geheißen wird, dass diese Gesetzesänderung eben hier vollzogen wird. Und ich denke, dass hier die Regierung sehr fortschrittlich, sehr stringent hier agiert hat und hier eben diese Ungleichbehandlung abgestellt hat. Ja, wir werden selbstverständlich hier auch gerne unsere Zustimmung erteilen und sagen und betonen hier auch nochmal deutlich, dass diese Regierung in allen Bereichen sehr fortschrittlich und gut agiert und eben auch hier in diesem konkreten Fall eine schlechte Stellung abgestellt hat. Danke.